Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie sich ganz einfach Ihre eigene Suchmaschine im LAN installieren können. Die, wenn Sie wollen, bis zu zwölfmal besser ist als Google. Searching, und wie das genau ausgesprochen wird, habe ich selbst nicht rausfinden können, ist wahrscheinlich aber auch völlig glatte, denn nach dem neuen Gesetz für Selbstbestimmung darf sich auch die Tomate neuerdings vorne mit stillem CK schreiben. Searching ist streng genommen eine Meta-Suchmaschine, die wir in unserem LAN installieren können und die wir dann nutzen, die dann wiederum für uns, wenn wir sie benutzen, bis zu zwölf verschiedene andere Suchmaschinen befragt und eben die Suchergebnisse für uns aufbereitet. Und dadurch erhalten wir mehrere Vorteile, zum einen mehr und bessere Suchtreffer und zum anderen erhalten wir nochmal eine Extraschicht Sicherheit zwischen uns und der Suchmaschine. Schreiben wir also direkt zur Installation. Und ich mache das Ganze jetzt hier unter Docker. Für Docker haben wir schon eine ganze Serie erstellt. Ich habe mich jetzt hier auf dem Host-Rechner schon aufgeschaltet. Auf dem läuft nämlich, abgesehen von Docker, noch Portainer, mit dem ich das Ganze jetzt hier verwalte. So, und wir beginnen damit, indem wir hier erstmal auf unseren Local Stacks schalten. Hier sind alle Container. Und wenn ich hier nach unten fahre, dann haben wir hier die Settings. Das haben wir schon mal im allerersten Video angesprochen. Link in der Beschreibung. Sie brauchen die App-Templates von Pi Hosted. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Dort einfach rauskopieren. Hier reinkopieren. Dann abspeichern. Wenn Sie es nicht schon drin haben, weil wir das in früheren Videos ebenfalls schon benutzt haben. So, wenn wir das haben, dann können wir hier auf die Templates klicken. Da ist noch mein Watchtower drin. Und hier suchen wir jetzt einfach mal nach Search. So, wir finden hier Searching. Haben wir hier drin. Klicken wir einfach drauf. Das Ganze ist ziemlich einfach. Base URL. Die wird jetzt bei mir abgeändert in die URL von meinem Host-Rechner. Theoretisch. Wir haben mal in einem anderen Video gezeigt, wie man das Ganze über ein Pi-Hole ebenfalls realisieren kann. So eine Art DNS-System. Lokal. Das werde ich gleich noch zeigen. Ich habe das nämlich zum Beispiel bei mir auch erreichbar. Unter Suche.lan. Oder eben x.lan. So, also deswegen. Für den Fall der Fälle, dass Sie das noch nicht haben. Einfach die IP hier eingeben. 192.168.1.1.1.83. So, Port lasse ich jetzt einfach mal mit 90.17. Die Instanz, die nenne ich eben Search. Searching. So, den Port könnte man hier vorne ändern, wenn man denn wollte. Zum Beispiel 90.99. So, ich werde es jetzt hier aber lassen. Und hier brauchen wir noch die entsprechende Fahrtangabe nach den entsprechenden Mustern aus den ersten Videos. Volume 1 bei mir. Dann Docker. Dann Searching. Und jetzt dahinter nochmal ein Config. Setze ich hier. Und dann sind wir schon fertig. Dann klicken wir auf Deploy. Und das Ganze wird runtergeladen. Das dauert natürlich je nach Internetverbindung und Prozessor. Ist das Ganze erfolgreich durchgelaufen, werde ich weitergeleitet auf meine Container. Und ich hatte gerade hier oben eine kleine Bestätigung. So, ich habe jetzt Searching hier entsprechend drin. Insoweit sollte ich hier drauf zugreifen können. Ich öffne das Ganze in meinem neuen Tab und so sieht es dann aus. Vor der ersten Benutzung schnell noch hier auf die Konfiguration geklickt und die wichtigsten Einstellungen vorgenommen. Wir können die Suchsprache ändern. Standardmäßig auf Auto. Richtet sich dann offenbar nach den Einstellungen am Rechner. Denn soweit ist das bei mir hier schon Deutsch. Kann ich also lassen. Ich kann auswählen, wo kommt meine Autovervollständigung her. Also wenn ich in der Suchzeile etwas eintippe. Soll da etwas erscheinen? Standardmäßig abgeschaltet. Wenn etwas erscheinen soll, wer soll da gefragt werden? Und dessen Vorschläge kommen dann da. Die sichere Suche kann hier natürlich auch aktiviert werden. Ist natürlich eine rein optionale Geschichte. Denn die Einstellungen, die ich jetzt hier vornehme, die gelten nur hier für meinen Web-Bowser, den ich gerade benutze. Denn all die Daten, die werden nicht bei der Suchmaschine gespeichert. Gut, wäre jetzt egal, weil die ja eh lokal ist, beziehungsweise in meinem Netzwerk. Sondern das wird hier jetzt in dem Fall, das ist der Chromium. Und das wird jetzt dort gespeichert in Form der Cookies. Das heißt, wenn ich jetzt gleich umswitche auf den Firefox, dann würden die Einstellungen dort einfach nicht gelten. So, also sichere Suche kann hier aktiviert werden. Ansonsten hier einfach mal komplett durchkämpfen. Die Oberfläche, das Ganze ist noch in der Entwicklung. Da wird noch dran gearbeitet. Hier werden also demnächst bestimmt noch weitere Möglichkeiten sein. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei Design, das steht auf Simple. Ja gut, das ist auch die einzige Option, die ich habe. Insoweit, das wird noch weiter gemacht. Privatsphäre kann hier entsprechend eingestellt werden. Soll der eigene Proxy benutzt werden? Wenn wir eben Bilder runterladen. Suchmaschine. Welche Suchmaschine soll genutzt werden? Kann dann hier entsprechend aktiviert, deaktiviert werden? Da kommt man dann auch an das zwölfmal besser. Ich hoffe, da zählt jetzt keiner nach, denn ja, Google ist ja eine von den zwölf Maschinen. Wir haben allerdings hier unten noch die Möglichkeit, zum Beispiel andere Quellen zu aktivieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, bei meinen Suchen will ich auf jeden Fall die Treffer der Tagesschau mit dabei haben. Also das hier einfach entsprechend aktivieren. Dann haben wir noch besondere Anfragen. Kann man sich einfach hier mal alles entsprechend anschauen. Am Ende wird das Ganze gespeichert und wir können loslegen. Kleiner Exkurs für all diejenigen, die das schon mal eine gute Idee finden, aber selber leider nicht umsetzen können. Es gibt Searching auch als öffentliche Instanz. Im Umkehrschluss kann natürlich jeder von Ihnen, der das umsetzen kann, auch im Internet anbieten. Findet man unter anderem unter search.space. Einfach die entsprechende Suchmaschine hier raussuchen und dann benutzen. Kann natürlich genauso konfiguriert werden, wie eben schon erwähnt. Die Cookies landen nur auf dem eigenen Rechner. Also suchen wir mal danach. Ich suche jetzt einfach mal hier nach Marvel. Dann kriegen wir hier direkt das Ergebnis. Und jetzt natürlich das Ergebnis hier. Das ist alles hier jetzt von meinem Docker-Rechner. Das heißt, ja, an Quant, an Wikidata, an Dr. Go und an Brave, da ist jetzt Marvel geschickt worden. Und das Ergebnis kriege ich also jetzt hier. Ja, und das gilt natürlich für all die anderen hier ebenfalls, die dabei sind. Das Ergebnis, also das, Marvel wurde auch an Google geschickt und von Google kam dann eben jetzt dieser Treffer hier rein. Den gibt es dann übrigens auch bei Quant und so weiter und so fort. Ist relativ selbsterklärend. Da kommt dann auch mal der Punkt bezüglich Datenschutz ins Spiel. Denn abgesehen von dem Suchbegriff und natürlich die IP, jetzt nicht unbedingt die IP von meinem LAN-Client, aber eben natürlich die IP von mir, weil eben der Docker-Rechner sitzt im selben LAN und benutzt deswegen dieselbe externe IP. Also die Daten sind natürlich schon an die Suchmaschinen übertragen worden, aber sonst halten nichts. Wenn ich mit dem Chromium jetzt hier unter Linux direkt zum Beispiel zu Google und Co gesurft wäre, da wäre ich ja schon gefingert worden bzw. gefingerprintet in dem Moment, wo sich die Seite aufbaut. Da haben wir jetzt hier also definitiv mehr Daten. Sparsamkeit. Wer jetzt schon in die Kommentare geschrieben hat von wegen, ach, da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so ein großes Problem damit, dem hilft natürlich der Proktologe des Vertrauens gerne weiter. In einer anderen Serie haben wir derzeit das Thema unser 1-Euro-Server. Da könnte man sowas natürlich auch drauf installieren. Dann hätte man auch eine andere IP, die man benutzen würde. Hätte also nochmal mehr. Wäre also einen Schritt davor, das für alle anzubieten, genau wie gerade gezeigt. Wobei das Thema natürlich dann auch nochmal rechtlich zu betrachten wäre, aber das machen wir in einem anderen Video. In dem Video soll es jetzt erstmal das gewesen sein. Searching auf jeden Fall eine Alternative wert. Einfach mal ausprobieren. Okay. Okay.